Mistelbach möchte ich in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit meinem Team soweit als Standort in Österreich bringen, dass also Gesundheit und Sicherheit gewährleistet ist. Dazu benötigen wir eine gute Infrastruktur mit einer super Straßenanbindung und natürlich auch eine Arbeitsplatzsicherung ist gewährleistet, durch das wir die Gesundheit ausbauen. Das heißt, dass auch das Krankenhaus als Gesundheitszentrum für Mistelbach jetzt einmal in Angriff genommen haben und in fünf Jahren auch eine Arbeitsplatzsicherung dort darstellt. Ich möchte aber auch, dass gemeinsam mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Mistelbach in den nächsten fünf Jahren gewährleistet ist, dass wir einen Ruhepol haben für ein ruhiges Wohnen und aber auch ein leistbares Wohnen darstellen können.